Willkommen bei Jagdhornfuchs. Ich bin Justin, der texanische Jagdhornbläser. Dieser Film ist eine wichtige Informationsquelle für Sie, die Sie zu jeder Zeit an jedem Ort für sich nutzen können. Ich singe und blase gleich alle fünf Töne auf dem First-Place-Horn vor. Holen Sie bitte Ihre Jagdhorn und machen Sie mit. Nicht vergessen, auch mitzusingen. Sie trainieren zusätzlich dabei Ihr Gehör. Sind Sie soweit? Ton 1, das unteren C. Ton 2, das untere G. Ton 3, das obere C. Ton 4, das obere E. Ton 5, das obere G. 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 G.